Erholung in chinesischen Gärten in zahlreichen deutschen Städten verzaubern chinesische Gärten ihre Besucher. Mit klangvollen Namen warten chinesische Gärten auf, sie heißen Garten der schönen Melodie, Garten des wiedergewonnenen Mondes oder Garten des himmlischen Friedens. Letzterer befindet sich im Bittmannpark mitten in der lebhaften Börsenmetropole Frankfurt am Main. Ursprünglich hieß er Frühlingsblumenaten. Bald nach seiner Einweihung nannte man ihn um, um an die blutig niedergeschlagenen Demonstrationen in Peking 1989 zu erinnern. Den Park umschließten zwei vielbefahrene Innenstadtstraßen. Hohe Steinmauern schirmen die Hektik ab. Wer das Eingang städtisch schreitet, atmet durch. Die Schritte werden unwillkürlich gemessener, so als ob die Uhren hier langsamer gehen. Ein friedlicher Platz zum Ausruhen in der Stille findet man Kraft zu neuem Denken lautet eine Inschrift in chinesischen Schriftzeichen am Wasserpavillon. Und tatsächlich genießen einige Besucher an diesem Nachmittag die beruhigende Atmosphäre des Ortes. Mehrere Paare sitzen ins Gespräch vertieft auf Bänken am Jaspisgrünen Teich. Sogar ein Brautpaar ist darunter. Lebensweisheit im Garten eingebaut. Andere wollen für ein paar Minuten die Seele baumeln lassen. Auf ihrem Rundgang überqueren sie die traditionelle Zickzackbrücke im Herzen des Gartens. Böse Geister gehen nach chinesischer Denkweisen nur geradeaus. Über eine kreuz- und quergebaute Brücke schaffen sie es nicht. Eine gute Gelegenheit für die Frankfurter, sich von ihren bösen Geistern zu befreien. Neben dieser magischen Funktion verkörpert das Bauwerk chinesische Lebensweisheit, durch die verschiedenen Blickwinkel, die sie zwangsläufig beim Begehen einnehmen, betrachten sie jede Sache aus verschiedenen Richtungen. Die Form der Brücke und die verschlungenen Wege des Gartens machen deutlich, dass die Wege des Lebens nie gerade sind. Oft erreichen sie ihr Ziel erst über Umwege minus was reizvoll sein kann. Harmonie der sieben Teile Die Chinesen bauen einen Garten nicht nur der Erholung oder der Schönheit wegen, sondern zur inneren Einkehr. In der Gestaltung spiegelt sich der Grundzug des chinesischen Denkens wieder, sich in Einklang mit dem Kosmos zu setzen. So finden sie nicht nur im Garten des himmlischen Friedens ein ausgewogenes Verhältnis der sieben Teile Erde, Himmel, Wasser, Steine, Gebäude, Wege und Pflanzen. Auch die anderen Anlagen in Deutschland erfüllen diese Vorgabe. Sie warten dazu mit typischen Details wie Holzpavilans, Löwenskulpturen, Brücken, Kalligrafien, Wasserfällen, Deichen, chinesischen Pflanzen und Teehäusern auf. Pflanzenchinesischer Gärten Wer beim Begriff Garten sofort die farbenfrohe Blütenpracht viele europäische Parks vor Augen hat, liegt falsch. Pflanzen spielen in chinesischen Gärten nur eine untergeordnete Rolle. Noch dazu legen Chinesen ihre Gärten mit nur einer kleinen Zahl unterschiedlicher Pflanzen an. Neben Blühpflanzen wie Lotus, Chrysanthemen oder Pfingstrosen findet man viele Grünpflanzen wie Kiefer, Bambus oder Gingbo. Den Gestaltern geht es darum, dass der Besucher aus den speziellen Eigenschaften der Gewächse lernt. Zum Beispiel stehen Kiefer und Bambus beide für Treue, weil sie immer grün sind. Das harmonische und nicht allzu bunte Bild dieser Gärten trägt zu ihrem stillen Charakter bei. Wem ein Dämon folgen sollte, der kann ihn hier abschütteln und seine Gedanken zur Ruhe kommen lassen.